In der Folge Confirmation in der Küche ist Marinette nicht in der Lage, Cat Noor zu kontaktieren oder sich zu verwandeln. Plek hingegen schleicht sich auf der Suche nach Marinette in den Schrank und lässt dabei versehentlich den Ring fallen. Dieses Geräusch erregt Monaks Aufmerksamkeit und veranlasst Marinette sich beim Katzenquami nach dem Verbleib von Cat Noor zu erkundigen. Als Monak Marinette Dupo Shang entdeckt, schnappt sie sich schnell den heruntergefallenen Ring und steckt ihn an ihren rechten Ringfinger. Als sie befragt wird, streitet Marinette jede Verbindung ab und verschmilzt daraufhin Tiki und Plek zu einer mächtigen Fusion, die als Buck Noor bekannt ist. Eine Kombination aus Ladybug und Cat Noor. Hat dir das Aussehen von Buck Noor gefallen?